Das ist Timmy. Timmy hat morgen seinen ersten Schultag und er fragt sich, wie geht es in dieser Schule wohl zu? So, hallo Timmy. Willkommen im Matheunterricht. Wir machen heute ein kleines Spiel. Hier, du musst einfach einen Kreis machen. So, ja. Ja, genau, okay. Ja, oh, kann ich mal kurz... Ja, danke. Ja, so. Ah, guck mal, du hast verloren. Das war aber schlecht. Oh weh, der Matheunterricht würde hart werden für Timmy. Aber vielleicht würde es ja in Deutsch besser laufen. Hallo Timmy, willkommen im Deutschunterricht. Kannst du den Anfangsbuchstaben deines Namens anschreiben? Ja, na klar, guck mal. Und, kannst du mir auch sagen, wie man den Buchstaben ausspricht? Ja, ja, es ist ein Tee. Tee ist das, was deine Mama trinkt. Der Buchstabe heißt Tee. Ah! Oh nein, Deutsch ist auch blöd für Timmy. Aber in Musik, da würde ihm keiner was vormachen. Da war er richtig gut. Ja, hallo Timmy. Da war er. Oh that was. Ja, aber da war irgendwo, da war das Yoo секiri. Das war immer mehr.